Du Speedhacker, Alter. Du bist schlimmer wie so ein russiger CS-Spieler. Ja, ich hab auch schon gehofft, Alter. Weil die Todesmeldung gibt es, glaube ich. Da habe ich mal was von gelesen. Das ist ein Erfolg wahrscheinlich noch. Das kann gut möglich sein. Oh, eine Hexe. Du hast gerade ausgesehen wie ein Endermann. Ist die aber gut jetzt hier mit den Gewittern? Ach, Mann ey. LOL, was ein Leck. Der scanntet das Skelett. Der Skelett hat sich... Kannst du jetzt nochmal sauber gehen? Ich hab gesagt, LOL, was ein Leck. Der Skelett hat sich teleportiert. Achso. Vor mir ist ein Creeper despawned. Oh, kannst du bitte vom Blitz an... Ne, dazu brauche ich zwei. Ja. Ja. Oder was so ein Lack wäre, dass wir das hinkriegen würden, ey. Alter, hier oben, schau mal rum, nein. Okay. Alter, zwei Blöcke neben mir ist ein Blitz eingeschlagen. Das ist... Mein Bett ist ganz nass. Also, so um... Ich sag mal, im Umkreis von 50 Blöcken schlägen... Schlägen schlägt hier als... Blitz ein. Klagen hier als Blitz ein. Man, Alter, ich... 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 Ich arbeite hier mit dem Schlägen schlägen, ja. Hehehehe. Hab mein Bett erst mal ins Trockene gestellt. Nein. Ich hoffe, dass ich Endermänner seh. Aber dieses hier teleportiert sich doch nur weg bei Regen. Boah, stimmt. Egal. Ich will das Gewitter erleben. Dann sollst du ja die Ferne kriegen. Für alles. Kann Wüste, kann sogar die Kirche von mir mal sehen. Kannst du außerdem auf uns reden? Bei Fußball oder was? Du bist wieder abgefuckt wegen Fußball. Gewitter lässt doch schon wieder nach. Das hörst du doch. Oh, die Sonne kommt bei mir in Reel raus. Oh, macht gleich schon alles hell. Boah, da ist aber richtig ein Blitz unter ihm. Eieieieiei. Eieieiei. Jetzt ist Gewitter weg. Ja. Boah, lass mich. Ja, es ist weiter... Also zumindest kann man... Kann ich sagen... Es ist weitergezogen. Es ist nicht mehr... Es ist bei mir. Es ist gut. Bitte lass die Chat-Meldung kommen. Bitte, bitte, bitte. Nee, nee, ich stehe extra in der Höhle. Irgendwas ist hier explodiert bei mir. Kann sein, dass ein Plätzchen bei mir eingeschlagen ist. Ist doch nicht weggezogen. Ja, da brennt's. Guck, das Feuer geht jetzt nicht weg. Wo brennt das? Hier, bei mir. Unter dem Baum. Achso. Jetzt ist es erst weg. Beim ganzen Baum gegrillt. Glaube ich zumindest. Also auf der letzte Blitz schlägt ein Schiff ein und dann hört es instant auf zu regnen und dann fackelt mein Schiff ab. Ja, deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier stehen und beobachte das. Aber ich glaube, das Gewitter ist vorbei. Jetzt kann es vorbei sein, glaube ich. Nein! Okay, es ist immer noch ein Sturm. Weil wenn es regnet, gewittert es ja eh öfters warm. I don't know. Doch, doch. Jetzt wird es hell auf jeden Fall. Also es ist doch nett, aber... Ja, hinter deinem Leuchtturm geht's so hoch. Ja, bei mir rechts. Also... Je nach Winkel halt, ne? Ja, du hast den Leuchtturm aber direkt genau da. Wenn du vor deinem Leuchtturm stehst, geht die parallel da auf. Ja, du hast den Leuchtturm aber direkt genau da. Das kann doch nicht sein. Was denn? Hast du keine Rüstung an? Nein. Ich baue hier jedes Mal die Kübra, die Schatz. Wenn ich fertig bin, dann kommt neuer. Ich darf jetzt nicht mehr so oft irgendwo runterfallen. Meine Rüstung geht sonst kaputt. Kann man eigentlich? Leider nicht. Was denn? Oh, ich hab schon den Leisen bestellt. Okay, so. Option. Musik und Geräusche. Okay, Wetter ist bei mir auch 50%. Aber ich find's geil. Die Blödsinn ist so dermaßen laut, oder? Jetzt gewittert's grad nochmal richtig. Kann das mal bitte aufhören? Ich möchte gerne weiterbauen. Ja, ich auch. Also ich mein, ich steh sowieso hier im Freien. Also bis jetzt ist echt nix passiert. Aber... Ich möchte halt nicht, dass der letzte Blitz, der wirklich einschlägt, auf dem Schiff ist und es dann aufhört zu regnen. Was hat denn einmal Wasser schon in Hand? Nee. Der ist zwar im Inventar, aber nicht in der Schnellleiste. Aber ich glaub's hört auf. Ja, kann man schon vorbei, gesagt. Ja. Jetzt dauert's nicht mehr, ne? Nee, bis jetzt nicht. Hat er sich wie so'n Angsthase in ne Höhle verkrochen? Jaaaa. Hätt ich ja vom Geier erwartet, aber nicht von dir. Ich bin jetzt halt auf meiner Gaststätte auf dem Dings gestanden und gewartet. Ja, das nervt halt. Ich krieg immer einen Schreck halt. Ja, also zwei Blöcke weiter von mir ist einmal eben ein Blitz eingeschlagen. Schade, dass er mich nicht getroffen hat. Also in dem Moment wär ich wirklich gerne gestorben. Das Problem ist jetzt einfach zu machen. Und dann... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2018 Wer wird Deutscher Meister, BVB-Borosia? Nicht. Küche? Dann ist hier Gang. Da, 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 da. Wäre ja viel zu schlau, das mit der Erde zu bauen. War ne Gastraum. Hm, ich hätte mal wissen. Was kann ich zu ihm wirklich hier machen? Obwohl, ich kann es ja noch erweitern, ich muss ja wieder ein bisschen abreisen. Abreisen, reisen wir ein bisschen ab, bitte. Abreisen. Ich kann mal richtig anfangen, er hält sich zu babbeln. Babbeln? Ja, babbeln. Babbeln. Oder ich schwätze. Wobei ich schwätze eher schwebsch ist, glaube ich. Schwäbsch. Babbeln oder schwäbsch. Was schwäbsch. Was schwäbsch. No. Grün. Ach nee. Wann, jetzt hab ich ja was rausgehoben. Mathematik, my friend. Mathematik ist das. Was Symmetrie? Ja. Klick, 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 klick so die bäume wächst mal schneller das kann regnen wächst mal schneller ja der wald muss fertig sein ach nein jetzt habe ich nein ich habe mir weil diese scheiß spielen natürlich nicht bescheid sagt dass die axt kaputt geht ja ich hatte pick pickaxe gemacht aber ich dachte ja nicht was sie kaputt geht sagt ja du hast ein tool kaputt gegangen also wenn das geräusch kommt damit nichts zu tun ob das eine pickaxe oder eine axt das sieht gut aus da wollen wir noch mal in fifa verlieren das sieht meine aufnahme aber anders ach so kein können so aber deine tore sind können gerade dass ein bogen nicht bis dahinter zu dem berg schießt ja das ist können genau schatten stein setzt den fucker hinten wo baut ihr gerade wo baue ich im haus wo ich gerade in welchem haus wenn du da drin stehst wer hat denn hier von dem kuchen gedacht das sieht so aus ach da ich brauche hier nichts ich habe mir die küche nur angeguckt kitchen aid wenn du holz brauchst dann musst du hinter dein haus gehen wir haben hier weit genug bäume aber danke da liegt ja schon holz rum also in der blende nein drum gibt es hier gar nicht es gibt hier alles neues holz ja hier ist ganz viel wald und vor allem ist da ein riesengroßer busch von wald an einem fluss entlang da kann man auch holz und bücher abbauen da hat er jetzt nicht gehört man dass die meisten bauy projekte immer so riesig sein müssen aber ein kleines gasthaus wäre halt auch ein bisschen gay soll es noch größer machen wo steht das das ist das hinter der farm hinterm franz sein haus na läuft hier wieder ein creeper wenn ich hier lang laufe hinter mir läuft kein creeper her ne diesmal ist ja kein creeper bei franz sein haus soja aber beim nächsten mal wieder mhm oh nein ah ok alles klar wo ist tom wo baut der wo soll ich bitte machen du kannst dreimal machen ach so die burg ok davon irgendwas erzählt worden ist du stehst irgendwie im leuchtturm irgendwas wie sagt mein bruder immer so gerne du kannst auch grad nur von wand bis zur tapete denken ja was ist das jetzt hier das ist das gasthaus alter ich fragte ob das hier das gasthaus sein soll ja na klar woran baue ich denn momentan echt kill ihn ich bin auch schon auf der suche das hier wird die küche und das hier wird das klo diese dreckige schminder haut mich runter da haut die spinne mich von diesen scheiß mein turm runter ist sie behindert oder was ok guck mal da kommt ein zombie auf schäfern zu gelaufen siehst du gleich wie er den move macht und weg geht ich hab keine waffen mit dabei mensch ich hab auf 1 immer mein schwert und auf 3 im bogen und auf 2 immer meine axt also meine pickaxe also meine pickaxe meine presse die die wollen mich vernatzen hier oder Was ist das für die Elfe? Ne, ne, jetzt hab ich's Deutsch. Alter, Scheißfackeln in der Hand, ne? Ja. Das war safe, aber das kann ich anfangen zu sortieren. Da kommt ein Willi, da kommt das an die ran.